Ok, dann werde ich jetzt gucken, wie man das macht. Bis gleich und tschö. Also, ne, bis zur nächsten Aufnahme. Das werden wir nämlich erst in der nächsten Aufnahme herausfinden. Bis denn und tschö. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Space Engineers. So, ich hab das Ganze jetzt gefixt und... Also, mit denen hier und hab auch eine Lösung dann später, wenn mal wieder so ein Stück vorbeikommt. Äh, wir müssen halt gucken. Also, wenn das grün ist, dann ist alles gut und wenn es weiß ist, dann ist es auch alles gut und wenn es rot ist, dann ist es schlecht. So, mal gucken. So, ähm, dann mach ich das jetzt wieder aus. Biegen. Ähm, und baue mal an dem Schiff hier weiter. So, gut. Ähm, genau, hier haben wir uns wieder ein paar Teile genommen und zwar brauchen wir hier 5 Displays und 15 Computer. Mal gucken, ob wir das haben. Ich denke aber schon. Ach, ne. Hier, Display. 5... Displays und 15. Hier. Und 15 Computer. So. Dann Interior Plate und Bulletproof Class. 5 und 30, oder? Genau, 5 und 30. Ich weiß nicht. Ähm. Habe ich nicht. Obwohl. Hier drin, glaube ich. Genau. 5. Und 30 Bulletproof Glass. Okay. So, da muss ich gleich noch ein paar herstellen. Und zwar 9. Mach ich gleich. Der Assembler. Ich brauche 9. Bulletproof Glass. Ich brauche 9. Okay. Ich glaube nur, ich habe nicht erst bekommen, dass ich es anserdeckt habe. Dabei war das hier ingame. Also. Wir brauchen Silicon Wafer. Also Silizium Wafer Ich hab keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt Und Die bekommen wir aus Silizium Haben wir da was? Nein, das weiß ich, weil ich noch Ach doch, ich hab schon eins abgebaut, aber Ähm Aber Ich glaub, ich hab's nicht mehr Das ist alles weg, wo ich die Refinery kaputt gemacht hab Glaub ich Eisen Was war da? Uran und Eisen Eisen Eisen, Eisen, Eisen Uran, Gold 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 Oh, Eisen Ähm, mal gucken Sieht nicht so aus Okay, dann Das ist zwar rot Das ist aber scheißegal, weil Ähm Ne, und so ist klar Ne, ähm, weil Das Private Cell Schrift hat keine Waffen Ich hab den Piken früher anmachen sollen Da, oder? Ich weiß nicht, ist da kein gelbes Schiff mehr Ist da was? Ja, oder? Ja Also Hier kurz Den Piken On Und ab geht's So, wir müssen dann einfach kurz den Sekunde Muss ich ganz am Ohr kratzen So, wir müssen dann einfach schnell den Sitz an kratzen und dann wieder Anbauen Dann gehört das uns Also dann können wir den Sitz benutzen und dann können wir alles andere auf Gehört uns umschalten Ich kann hier mal kurz Die Dämpfers aufmachen Dann haben wir ein bisschen Energie sparen Habe ich nicht vergessen aufzuladen Aber können wir gleich im Schiff machen So So Dann haben wir gleich die Dämpfers on Und jetzt Okay Bis zum nächsten Mal.